freunde herzlich willkommen hier auf meinem youtube kanal grüße euch liebe abonnenten liebe zuschauer dankeschön dass ihr wieder einmal eingeschaltet habt in einer neuen woche wir haben heute den 27 8 es ist ein friday ein freitag gestern über nacht kamen ja beziehungsweise sagt man heute über nacht gestern über nacht also vom 26 auf den 27 kamen wieder neue lieder raus und wir beginnen heute mit dem gewinner von der letzten woche asche ein song ausgebracht wie asche fien seminer packs zu money feind von jedem ip zur asche braucht ja nicht viel zu sagen er hat ja kurz noch mal vielleicht letzte woche den goldenen gewonnen hier ist er von madame tussaud ja den goldenen rewind der ging an asche was bleibt es asche und freunde bin gespannt an wen er diese woche geht wir gucken mal ob alles richtig eingestellt ist ok ich bin gespannt an wen er diese woche geht wir beginnen direkt mit dem gewinner von der letzten woche asche fiet seminer los geht's von der viel spaß ich bin gespannt an wen sie laufen richtig geil beide mit maske und beide mit maske sehen wir mit maske asche mit maske asche mit so einem richtig geilen flow wieder ich habe gestern kurz rein gehörten nur kurz wirklich nur kurz und der beat ist auch geil wie die auch so oldschool mäßig mit so einem fischei also gibt auf jeden fall so oldschool vibes video ist einfach in so einer wohnung in so einer küche was macht eigentlich die seminar kocht ihr etwa etwas auch geil die frage aschkobber fühlst du dich freier auf der ep und dann dieser weitere flow richtig geil das war gerade ein diss freunde so viele rapper clown den clown von drake hat er gesagt man hat er in das display das in die kamera handy gehalten und da hat man gesehen ufo 361 das war ein front auf jeden fall an ufo dass sein weiter ist angeblich und jetzt kommt die hook ich kenne die hook von irgendeinem song von amison ein bisschen älter ist aber ich weiß gar nicht mehr welche wie er hieß vielleicht jemand der in den kommentaren ist weiß bescheid krass 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 kocht ist auf jeden fall stark und jetzt kommt wieder mr aschkobber krass krass Boah, geil. Der Typ hat mich wieder abgeholt, ist echt ein geiler Flow. Junge, Junge, dass ich den nicht auf den Schirm hatte, wirklich peinlich. Wirklich peinlich, Alter. Was für ein geiler Rapper endlich mal wieder, ne? Heftig der Typ. Geile Stimme, auch von Semine. Ich würde es richtig feiern, wenn die jetzt auch irgendwie in ein Rap-Part kommt oder so. Okay, was passiert jetzt? Ist das ein Liedwechsel oder so? Ja, auch geil. Okay, eine Filmszene. Küche, it in, man. Aschkobar, auf jeden Fall auch ein moderner Mann, der auch in die Küche geht, Freunde. Olle, hast du eigentlich die Packs nach Manni gebracht? Ja, sieh' ja. Ja, gut. Ja, logo, sieh' ja, du. Haut's nach Manni. Komm, jetzt ist fertig. Fertig. Ah, jetzt spielt jetzt den Manni, ne? Das neue Album von Asche. Freunde, ich hab's gefeiert. Äh, ihr kennt's. Daumen hoch von mir. Wir machen mal. Geiler Track. Ich hab' drauf reagiert. Video gleich auf meinem... Auf meinem Kanal. Ausnahme. Ähm... Freunde, ich wollte, äh... Genau. Wechseln jetzt wieder die Szene. Funktioniert nicht grad? Irgendwie irgendwas hängt? Ja, jetzt. Okay. Wechseln kurz die Szene. Freunde, das war der erste Track für heute. Das erste Video, das hochgeladen wird. Äh, ich werd' noch eine Frage stellen, immer unter diesem Video. Äh, schreib mir unter die Kommentare, ob das ein Kandidat fürs Rewind der Woche wäre. Äh, ja. Ansonsten hier oben, Diego89. Folgt mir auf Instagram. Abonniert den Channel. Aktiviert die Glocke. Kommentiert. Daumen hoch. Und wie gesagt, schreibt auch rein. Rewind der Woche, ob er ein Kandidat wäre. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Peace out. Diego White. Bye.